werte ladies und willkommen zur nächsten folge black squad auf der map karrier carrier wie auch immer die hatten wir auch noch nicht sehr schön ist aber auch eine ziemlich große map in der letzten folge war ich da leider nicht ganz so fit drauf ich hoffe dass es in dieser folge besser ich habe echt viel strot geärgert dass das nicht so geklappt hat wie ich mir das vorgestellt aber es sollte in dieser folge besser sein hoffe ich doch mein nachbar der hört hier ziemlich laut musik ich hoffe dies nicht zu hören und meine Hunde sind auch schon wieder aktiv am rumlaufen ich hoffe die sind auch nicht so aktiv und am rumlaufen ach quatsch die sind schon wieder aktiv und am rumlaufen ich hoffe das hört man nicht allzu sehr so rum und dann sollten wir das eigentlich hinkriegen heute wenn man nichts sieht kann man nicht treffen wenn man nicht treffen kann kann man nicht töten wenn man dann wird man getötet ja Egal, ich habe zwei mitgenommen, die AK-74-TM ist übrigens auch ein sehr geiles Gewehr hier in dem Spiel, ist übrigens ein sehr geiles Gewehr, das einzigste was mich an der Knarre so fest ist, dass die jetzt ziemlich lange, wenn man die rausholt, oder wenn sie zum Start hingeht, die noch ziemlich lange braucht, bis sie da so wie jetzt sind, weil ganz ruhig lange, finde ich ein bisschen lange, finde ich sehr lange gezogen, aber sonst ein geiles Ding, die gibt es noch mit einer anderen, in einer anderen Variante, mit dem Granatwerfer von der Knarre, Tintintin Äh, Tintintin 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 Geiler Name Tintintin Oh, diese Rauchnäste Tintintin Were하는 eklli Tintin Tintin Tintintin Tintin Tintintin irgendwie gefällt mir der Name irgendwie befällt mir der Name um ich habe gedacht ich komme jetzt von der Nate noch davon Die Feinde 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 Die Feinde